Sööö Geht sie jetzt wieder? Oh Scheiße Oh yeah, es klappt wieder Okay, das ist super, warte Okay, so Ähm, ich kann wieder streamen Ich muss ganz kurz was machen Das müsste jetzt eigentlich nicht mehr rumlecken Ähm, er ist Liker Echt? Dann Danke für den Next, damit Und dann von der Gaming für den Abo Lecker D, D, was bedeutet D, D? Uff, bin ich so mutter so? Ähm, so dass ich kenne gleich auf deinem Ich reagiere eigentlich nicht auf ne Montage Also auf jeden Fall nicht im Stream eigentlich Uff, bei mir steht Ich hab null Zuschauer Super So Okay, ich hoffe, dass ich Ich schlafen werde Ich will jetzt wiederholen holen Das war sogar zu schön Hey, Mann Aber seine Ohren sehen so komisch aus Oh, mein Augenblick Was denke ich dir kurz 15 Kills für mich Was denke ich dir kurz 15 Kills für mich Ich weiß immer noch nicht, wie man deinen Namen ausspricht Auf jeden Fall danke an dich für deine 2 Ähm, an deine, ähm, wie? Oh, bin ich dumm Warte, an deine, ähm, an deine 2.9.20 Ich hab halt einfach vergessen, wieviel du mit mir du näht jetzt hast So So Ähm, wie geht's mir jetzt gut, Nati und Leon Oh, uff Wie hast du das gemacht, dass das Stream wieder online ist? Ich hab einfach auf Stream, äh, auf Go Live gedrückt, hä? Hä? Uff Uff Wird du das gemacht, ja? Ich hab auch auf Go, Go Live gedrückt, hä? Ich check's nicht Wimper, ich fahr nach Klötzbehälte Wund da jemand? ich dachte ja ich mag ihn nicht aber ich wollte ihn irgendwie so gerne haben keine ahnung ich wollte ihn so gern haben ich bin halt irgendwie schon dummer ja ich weiß nicht warum es bei mir oha ich habe ein 1,61 kd beim heilenen 2 kd man danke sind noch nicht für die zweite wirklich vielen vielen dank er dem mann wie lang stream du ich möchte noch mit dem player ja die sache ist ich mache am abend keinen mitgliedschung ist halt die sache wird halt schwerheit hat die sache aber ich bin keine ahnung danke champion an dich für deinen ordentlich vielen dank er den schmerz ist in der sprach sprichst du deutsch ich spreche doch so deutsch aber vielleicht nicht zwei so 23 güte da ist ich schon mal wie lange nachdem oh ich hätte keiner er stimmt du hast ja im rocket launch und so dann komme ich habe nicht meine pump gun ohne pump kann ich nicht so gut spielen ich kann mit der schutz gar nicht so gut spielen aber ja na gut schauen wir mal ja was ja ich bin mir nicht gern ich bin mir nicht Oh mein Gott, hier sind so viele Dinger. Oh mein Gott, hier sind so viele Dinger. Ich will sogar... Oha, chill. Nein, oh mein Gott, das hast du belassen. Oha, da war verloren. Haha, bin Baum, du bist Baum, hä? Ähm, hi, ähm, go, schön, dass du da bist. Ja, Frau, danke. Ah, ja, große Hallo. Hey, du siehst gut aus, danke. Okay, ich hab noch einen Ton deiner D-Bucks, aber ich kaufe mir nichts, ich spare meine D-Bucks. Ah, der guckt so gruselig. Ey, der hat keine Popeln, fällt mir da drauf. Ey, warte, der hat keine Popeln. Oh mein Gott. Und seine Ohren sind an ihm drangen. Toll. Das passt halt gar nicht, das sieht gar nicht niedlich aus. Ähm, Janik, grüße genauso an dich. Hey, mein Highlight schon da bist. Kannst du mehr Epiker wahr? Ah, stimmt, Lieber, wir müssen mal zocken, stimmt. Äh, wie heißt du? Oder kannst du mir sagen, weil dann haben wir schon 700... Nee, oder sag, hey, ich schick dir nach, da. Und okay. Mann, du wüsstest, das heißt doch gruselig, hä? Danke, Didi, aber nicht nur ein Großbuchstamm, damit sie sonst wird vom Nightbird gebannt. Ah, Felix, ähm, 5, 4, 7, 8, 9, die Videos für 10 Minuten vom Nightbird gebannt. Wow. Komm, morgen 1 bis 1 um 10 Uhr. Um 10 Uhr, ey, ich fahre morgen in den Urlaub, um genau um 10 Uhr. Ich fahre morgen nach Österreich, na gut. Habe auch, ja, ich habe den Geschenk bekommen, voll ehrenvoll. Und diesen, diesen Tagsdaum auch. Mh, danke, PatoDocs, für den Abo. Mh, halbwegs grüße genauso an dich. Ey, wo könnte ich hingehen? Ich glaube, plassend so drauf. Keine Ahnung. Warum steht bei mir, dass ich, äh, null Zuschauer hab? Ich check's nicht. Wann wird's klar, ist gleich nach Gefühl. Lass mal eins bis jetzt mal, ich mach keiner eins bis jetzt. Uff. Warte, mach so. Ey, äh, 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 kann nicht so, wenn man, man, hab von, vielleicht, hab ich eigentlich hinter... Ja, es soll ja nicht so, wenn man eigentlich nur so los wird hier. Aber wenn du mitglied bist, kannst du nächsten Sonntag beziehen, weil ich mach dann mal mitgliedsungen machen. Ich hab... Oh mein Gott, warum sind die nur Fallen, ne? Okay, ich hab nur einen Fall. Ähm, danke, Laugen für den Auge. Laugen, alles, glaube ich schon. Aber, oh. Oh. Was soll ich mit zwei Begis und einem Jagdgebergen fangen? Oh man, was mach ich? Oha, jetzt tut er voll auf Tryhardt. Ich werd dich nie hit, ne? Mann. Mann, ich bin, glaube ich, zu schlecht. Oha, oha! Es legt so auf, er hat zehn HP, dann wär ich von der Seite angegriffen. Immer ich. Oh mein Gott. Ey, danke, King John, für dein Abo. Okay. Oha! Ah! Oh mein Gott, super. Ich nehm die nicht mit, auch wenn sie grün ist, weil ich kann damit eigentlich nicht schießen. Ich treffe halt nichts damit. Uff. Uff. Naja, ich bin Nugunoskin. Also, ja. Hä? Das ist doch nicht schlimm. Uff. Okay, wo ist der Gegner? Er hatte zehn HP und er konnte weg, denn... Toll. Was war das gerade für ein Geräusch? Oh. Hä? Wo ist der Gegner hin? Nö. Ah, ich glaube, er ist hier. Aha. Danke, Tommy, für dein Abo. Wirklich, danke für die ganzen Abos. Uff. Ah! Nee, oder? Ah! Ich feier's so hart. Ah, Banage ist auch geil. Ey, ich feier den so hart. Er steht einfach. Mh. Ich will Baum. Hä? Ich verschieh immer noch nicht, was du meinst. Was hast du denn? Was hast du mit deinem Off? Hä? Ja, ich musste den Instrument, weil ich was machen musste, weil es sonst rumlenken würde. Sorry. Hä, wann habe ich gerade geschossen? Ich habe jetzt nur fünf Schuss. Toll. Hä? Oha! Meine... Manchmal spinnt man eher zwei Tasten rum und ich... Äh, und ich schieße automatisch. Weiß nicht wieso. Ey, ich... Ich... Ich spiele jetzt gerade mit dem und ich spiele das so gut. Seit... So, meiner Meinung nach, finde ich mich eigentlich gut. Weil eigentlich bin ich nicht so gut. Aber dieses Gmbl mir wahrscheinlich wie ganz Glück. Uff. Wohnen in Österreich. Kommst du mich versuchen? Sag mal... Och... Och... Katzelschwurf. War dumm, denke ich, dass es was Österreichisches ist. Uh, Erde. Könnte ich mir einfach... Äh, alles klar. Wenn man schießt, er wagt dazu ein schwarzer Fleck. Ein Fleck, genau. Okay, ich muss jetzt rasieren. Oh, hey. So. Oh, Mann. So. Kann ich mit den Spielen zu dir, aber ich zocken nur Solo und Streams. Aber ich mache hier einen Sonntag mit Gliedzocken. Oh, was ist das Gaming? Hey, ich weiß... Was ist das? Was ist das? Ich werde so hartes... Ähm... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ähm... Was ist das? Es ist natürlich. Hm... Hi, hi, Viktor, schönes du da bist. Ey, das ist... Die Zone ist nie in Pleasant. Ich kann nicht gescheit looten, ne? Mit wenigstens habe ich viel Leben. Und... Einigermaßen nur mit. Ich glaube, jeder... Ich glaube, ich stand mir dazu. Ne, ich sterbte ja dazu. Ich werde gar keinen Scham von der Zone kriegen. Oder ich gehe nach davon und katapuliere mich dann. Könnte ich eigentlich auch machen. Ja, ich glaube, ich mache es. Ja, ich habe es noch. Moin, Moin. Das heißt, noch Moinsen, aber hallo. Wie schön ist da bist. Ähm... Kannst du mal Outzong machen? Ey, es geht nicht, dass ihr Outzong macht. Weil da muss ich wieder Aleph Asher nehmen. Dann hängt man im Spiel. Deshalb geht es nicht. Das ist nett, dass du mir spenden willst, aber es ist auch wirklich kein Muss. Komm in Wien. Ich war mal in Wien, aber nee, sorry. Mit dir. Uff. Mh, 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 Mh. Mh, 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 Mh. Ich hoffe, ich stört nicht an der Zone. Äh, ein bisschen schräg. super weil ich gehe jetzt um ein gott sie lassen mich das doch nicht nicht bitte lieber bitte ich bin ja noch mal ein stück zu sagen okay dann müssen gegner ich fliege einfach ich bin eine biene und ich bestehe über dich im pineapple minecraft blüße genauso nicht ich wette dort dass er gleite hat ich wusste es doch fliegt doch in die zune wo ist der jetzt irgendwo hinter ich weiß nicht wo ich bin selber noch nicht ganz in der zune so ich werde genügend mit haben ich habe fast 600 ist es jetzt ein gegner oder nicht kein bock zu schießen weil es mir eigentlich egal wenn er die gleiter ist wenn ich auch egal weil da wenn ob dann gegen ist weil wenn ich ihn drunter schießt verschwinde ich hätte meine ganze herrn und oha ich will auch so eine base haben ich war einfach das unterstopp deshalb wirklich noch ich bin froh dass ich so viel money habe ich wette hat dass ich wusste doch die haben halt alle immer gleiter weil ich glaube nicht dass diese dumm sind oh man im ernst weil ich glaube nicht dass diese leute so dumm sind und da oben sind und dann keinen gleiter haben wir grüßen mich weg zu grüßen und man sollte ich bin gegen mich zu begleiten auf jeden fall grüße gehen raus und ich machst du kannst ja ich habe keine kassen ganz zu dir ich habe das aber gemacht ich habe zeit gehört ich habe aber auch nur drei gegner gesehen im plassen waren nicht besonders viele gegner ich bin froh mit meinem mit endlich habe ich mein metz ich werde mal so am zweifeln mit meinem mess und jetzt habe ich viele mit hi hi maxim schnitz da bist oh mein gott oh mein gott erdbeben so ich fliege und jetzt habe nur noch fünf gleiter ich gehe die fluschen ich habe dazu bock auf falls wirklich ich glaube ich gehe es ist lieber in die zonen statt mit ihnen zu halten nicht dass ich danach mit dem halte dass ich dann low werde mir hat wenig ab und dann die zonen renne die zonen mir auch schon macht und nicht dann loben weil ich habe auch nur mindig und kein einfach weil es hat immer die sache ok ok erwischt oh oh schätze danke dass ich mitglied auf mein keiner bestichtige ernst da wirklich vielen dank was ist das für was ist das für ein name oh mein gott im ernst belastend das ist hier das ist jahre ist einfach hier erst okay es ist für ein es ist das dümmste damit den ich je gesehen habe wirklich lecker oh mein gott grotes auch mein gott alles klar danke grotes das ist mitglied auf meinem kanal das ist wirklich vielen dank erde danke danke hier haben wir hier er hat mich schönst da bist das ist wirklich die maus und wieder deine weil bei manchen lächst und bei manchen nicht ist halt die sache bei mir steht die ganze zeit dass ich nur zuschauer hat muss ja wirklich vielen vielen Dank ich ist gerade manchmal ein bisschen unbequem bist du du sind nö aber das Land wo ich sozusagen herkomme oder meine Eltern herkommen fängt auch mit rrrr an rrrr ok hey Leute guck mal da hinten wo soll ich eigentlich ich glaube ich die glück genau also mich schon mal mit er nicht mit ihr wo soll ich von München ich musste nicht mal um an was für necks lebt es geht er durch muss gleich den lebt wird aus meinen Kanal entfernen weil ich sie mir teilt über Streamlabs OBS und nicht mehr über das normale OBS und ich habe halt auch diesen Streamlabs Spot und am Anfang ging ja nicht und jetzt geht da endlich uff wenn ich bin kann ich den Lightballer Punch Schiss Nightshot äh Danke Pandemang Group für dein Abo Leute ey 18 Abos Leute 18 da haben wir einfach die 22 verlaufwerten aber und deckt da wirklich echt heftig der vulkan taucht alles klar ok oh man ja ich weiß dass der vulkan taucht das weiß ich ja aber warum und seit wann ich habe es gar nicht gesehen ich habe das erst jetzt vorgesehen also wie es als die Dune begonnen hat ey wenn ein Gegner gekommen will ich ihm so hart ein Headdy geben ok komm 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 ey komm 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 what was macht er jetzt genau ich verstehe ich was wir gehen jetzt genau machen will uff keine Ahnung ich baue mich einfach hochschuss weil ich baue das ab weil das nervt voll ähm hab schon mal ge- äh ich mach- du hast doch schon mitgezogen du hast doch schon einmal mitgezogen ach so stimmt du hast ja Brokkoli Geburt stimmt oha man aber ich bist auf den Namen Brokkoli Geburt gekommen wie ich hab noch nie so Namen gehört ich hab noch nie so Namen gehört Brokkoli Geburt Leute das ist die schlimmste Waffe die ich je hatte oh ok geht klar er stark kill wuhu 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 wuh ct J quad ich mach lieber so win wuhu w�� Aha. Man, das nervt zu hart irgendwie. Ich weiß nicht, wo es ist. Ich baue hier einfach alles auf. Was? Hä? Mini ist schön, super. Oh, Heavy. Oh, lecker. Ich liebe die Heavy so hart. Kannst du mich düsen? Ghostsberg düsen, lass an dich. Mal, du hast ein cooles Herz. Ich weiß. Wunderschön, oder? Vulkan doch, ich weiß. Ich hab das ja vorhin auch gesehen. Aber warum? Was passiert? Kommt Vulkan aus... Okay, war mir doch da drin. Ich singe ja wie... Ein komisches Kind. Vulkan, ja. Ich weiß, dass der Vulkan auch... Den müsstest du mir nicht jetzt... Leute, jetzt ist hier kein... Zei... Jetzt ist hier kein Zeichen mehr. Und jetzt ist hier ein anderes Zeichen. Hä? Was wollen die noch mehr machen? Ich fand... Ich für Chicks nicht. Oh, Rift Erde. Oha, lass. Lass. Warte, danke, ähm... Blackbikes für dein Abo. Oha. What? Oha. 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 Oha! 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 Er trappte mich eiskalt! Oh, das war sein erster Kid! Er trappte mich eiskalt! Aua! Das tut weh! Das ist ja echt belastend irgendwie. Kannst du dir? Er hat mich so hart getrappt, hat mir meine Erde genannt. Danke, Mi 07, Mi, danke für dein Labro. Nein, oh man! Nein! Wollen fährst du noch österreichischen FBI fahren nach Kitzbühne? Ja, Leute! Ne, ist 14. Leute, 14 Abos, da haben die 20 Kälte an all die neuesten Last auf Erden abo und like da. Das ist richtig heftig. Vielen, vielen Dank. das ist schon nicht mehr nur mal das sieht so komisch aus ein gewisses stimme ich weiß es nicht weiß ich nicht vielleicht 22.30 nur so eine stunde halt danke für dein abo m thio dir auch okay jetzt geht man auf das die höhe hey hi josie schluss da bist weil ich habe die zeit coins leute ich habe die zeit coins leute und ich will mal schauen ob es klappt weil wenn es nicht klappt dann mach ich nachts und so weiter aus ich will schauen ob es geht nee es geht nicht ich habe kreuz aber ich habe vergessen dass mit ausflugzeichen können zu machen ich bin schlau okay macht es halt nächstes mal also beim nächsten film getan mit den also ich habe konnte aber ich habe vergessen so ein ausflugzeichen zu machen ich muss es noch machen ich habe zwar bekommen vergessen ich würde jetzt schnell streamen weil ich war halt unter so weil ich war halt so im zimmer und hab gecheckt und ich hab so gecheckt oh shit ich muss doch streamen und deshalb habe ich alles so schnell gemacht uff danke extra für den aber wirklich dank um die ganze abos ey leute acht abos acht abos ey das ist nicht mehr viel das auf erde nah und denke das ist nicht mehr viel ey das ist nicht mehr viel uff ich glaube da unten unter dieser trip ist jemand so jetzt habe ich ganz dass die es hier umgekehrt ich weiß ich ob und noch gegner sind also hier wo die bäume so sind das schweige ich nicht ähm danke so niemand für den namen und ich danke für die ganzen abos schuhe ich habe eigentlich genug mit ich brauche jetzt nur noch eine dank aber hier gibt es keine ich glaube ich nehme so mit ach so leid ihr keine waffen steht der ist hier gegner gelandet ich habe oder ich weiß nicht ob ich hier gelandet ist aber ich habe gehört dass von hier jemand mit sehr keine ahnung gekommen ist oder keine ahnung wie die heißt ja ich hätte auch stimmen muss sie noch ein mann er bester team super die heißt so äh so so jetzt ich wieder kommt aber wo wohnst du ähm ich wohnen münchen bitte spammt mich mit 1 4 1 ich mache keine 1 4 1 ich habe so schott gern so da komme ich so ich habe keinen nahkampf aber dafür habe ich ein rocket launcher ja leider was das hier münchen wo du dort wohnst du denn antwort ich habe keinen bock mehr hä jetzt hört die will ich nicht alles vorlegen kannst heute hier ich hoffe dass ich nicht sterbe werde ich hoffe 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 ich Lass mal. Oh mein Gott, wie einfach weg sind. Voller Angst, Hase. Shit! Oha! Ich hab mir alle wieder reingeschissen. Oh, niemand hat Rocketmonie. Niemand. Ich kann wieder zurückgehen. Ja, Dex, was bringt mir das jetzt, dass du mir das reingeschickt hast? Ich hab das schon manchmal gespielt. Aber ich mag den Modus einfach nicht so viel. Weil, wie wenn es zu Ende ist? Also, das mit der Dune ist... Ja, aber es gibt mehrere... Es gibt mehrere... Aber es kommen wahrscheinlich... Ja, das Event ist eigentlich zu Ende, stimmt. Aber es kommen wahrscheinlich die nächsten Tage immer. Ich glaub, pro Tag kommt eine, glaub ich. Also... Ah ne, es ist schon die nächste da. Es ist schon die nächste da. Jetzt kommt die dritte. Und es gibt ja mehr so die Löcher und so. Wenn alles voll mit diesen Dune ist, glaub ich, dann öffnet sich in der Mitte die Szene. Dann passiert halt was. Es ist schon die nächste Dune, ja. Ähm... Was geht? Hey, wie da ein schönes da bist. Bei mir geht alles, was... Beinaut. Ich will, wie das schon zum Not geht. Stimmt, weil ich hab' nicht fertig gelutet. Und da gab's noch Mad Kid. Uff. Ich find's so belastend, wie wenig Muni ich hab'. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Mh, mh, mh. Kennen Sie schon das? Ja. Grüße... Ich hab' den tausendmal gegrüßt. Wie oft soll ich ihn noch gegrüßt? Und wer ist das? Du hast eigentlich die Köpfe 15 Kills. Ja. Mh, ich hab' vier Kills. Uff. Mh, 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 mh. 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 Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, mh. Uff. Ah, da war heiß, ob da noch ein Minima... Ist der ein Kugler, oder bin ich dumm? Ich hab' irgendwie ein cooler gehört. Hä? Wann ist es kurz? Oh mein... Nee. Oha. Nee. danke für 22 k oha danke an jeden einfach für die 22 katholik vielen vielen dank das ist richtig heftig 22 katholik vielen dank an alle dass wir die 22 katholik wirklich dank an all die mich abonniert haben unterstützt haben wirklich vielen dank an alle richtig heftig vielen dank der master ich habe dich aber schon so oft gegrüßt okay danke machi genau ich glaube man sagt man steht oder meine zone ab und ich kann mich so jetzt danke die zufüllen aber als übrigen immer viel dank für die 20 ist so heftig mit der kanale deine käme ja ich habe doch gesagt dass ich sie ausmachen muss ganz kurz ja ich habe doch gesagt dass die kurze ausmachen muss kitty code 15 kills uff danke beim himmlischen nabu wenn mich müssen md zugdüße gehen außer mich die käme ja ich weiß ich hab den leid wird ja nicht mehr was vergessen leck oha es legt ja mega beim leck zu hart herr leck zu hart herr what the fuck beim leckts warum man kann ich nicht einmal noch mal schließt mein ernst ich stecke es nicht meine mein kleines was heißt auch mal mit j super er war dann muss ganz kurz meine kammer da ausmachen also ganz kurz okay ich müsste es eigentlich nicht mehr länger wenn du bist schluss und liebe nicht licht und auch wenn dann wäre ich du sind weil ich bin ein mädchen kann ich bin eigentlich zufrieden mit meinem witz ja eigentlich ich bin ja nicht mehr ist es nicht dabei m das supertalent oder wie das auch immer heißt oder ich weiß nicht ich nehme ich den werfen aber grüße gehen außer den ach schitz fliegt doch mal so ich finde die 200 Euro, wenn man ich habe Fortschritte, wo er mit 14 ist gut okay, ich glaube es ja irgendwie nicht, weil das so jeder Vierte auf meinem Kanal sagt, aber ich schrieb mich trotzdem an okay, wo könnte ich hingehen? wie hier, keine Ahnung alle Freunde sind gegen, okay aha oha, wie es rumliegt oha das ist ja nicht mehr nett oha, oha, Mann okay, komm, komm, du schaffst es mal ja, los, 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 stick, ab, stick jetzt habe ich schon wieder drin, das heutzutage verloren, Merz oh, ich liebe diese Glieder einfach so oh, ein bisschen Rocket Money hatte ja, okay nee, ich glaube, ich nehme lieber Rocket Money Launcher mit die haben immer, ich habe immer so weniger Erdmonie oha er hat kein Schild alles, klar sechs Kills, wuhu uh, super nein, ich muss mir ein Mini gönnen ich glaube, 5-5 Harpiko nicht mehr noch einen es liegt immer noch echt? das kann nicht sein, es liegt nicht geh mal raus aus der Tür und wieder rein, es kann nicht sein, dass es liegt das ist du genauer okay, aha ey, man, diese Kugel, ich liebe diese Kugel, die sind mega geil die schützen eigentlich jemanden halt weil, wenn man jemanden abballt, man muss es den Kugel kaputt machen das wäre der Win ja, ich hätte vorhin ich hätte vorhin Win mit 12 Kills schauen wir mal, ob ich jetzt, ob es jetzt was wird aha Er fährt einfach weg, alles klar Wie er einfach wegfährt, alles klar Das ist so gemein irgendwie Ja, wo ist der? Alles klar, nee, ich flieg einfach mit dem, kein Bock Oha, oh mein Gott, oh mein Gott Oh nee, ey, der Glückliche, wie er einfach seine Base hat Oha Oha Oha, nein Ey, nee, oder? Ah, tschüss Oha Er hat die Landung vermasselt Das ist gerade so traurig, weil eigentlich hätte ich den Kill bekommen, aber na gut Wenn du benefits hast, ey, ich bin so ein glücklicher Mensch dann Ähm Ja Ich bin low Hoffen wir einfach mal, dass ich Was Gutes finde Ich darf einfach nicht sterben Please Ist er von einem BG oder bin ich dumm? Nee, ist nicht Aha, davon ist ein Gegner, aha Komm Ich will davon hin, irgendwie, keine Ahnung Ah nee, die feiten da noch, oder? Ah nee, oh man, ich dachte, wir wären BG Was ist Kugeli? Kugeli, was ist das für ein Name? Oha Ich habe nicht mehr so viele Metz, ich hatte vorhin 900 Holz, toll Oha Oha Ich muss ja mal ganz schnell los Oha Ich Ist ja gar kein Lagerfeuer oder so Was, hier ist doch immer Lagerfeuer, oder bin ich dumm? Nee, okay Please Nein Nein Ist er von der O-Miner? Ich weiß nicht Gut ist er Ich muss ich Gute hier. Edernervt schon. Mann, oh Mann. Ey, das ist so besonders. Ey, was für so besonders. Erdenschnitzel. Du hast das jetzt über fünfmal steingeschrieben. Langsam reicht es auch okay. Ey, erdenschnitzel. Ich war halt im Swim-Fornografie. Und wenn ich einmal nicht dabei bin, ist natürlich das Feldende. Wo ich dabei war, warst du nicht mit dabei. Okay? Ich spiele mit Baumasterpro, ja. Kannst du Helene Fischer grüßen? Meine Grüße, Genossen, Helene Fischer. Hä? Meine Süße, hallo. Oh. Jana, ich habe mir den Skin auch gekauft. Ich wollte den doch so gerne. Ich fahre morgen auch. Nee, ich fahre morgen nach Oesterdeutsch. Dumm. Dumm. Ähm, hi, bin euer Herr. Hi, Alice, hier schönes Arabisch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Oh, das ist ja lieb von dir. Muah, 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 muah. Ich bin dumm. Wo solche gehen? Vorhin, letzte Runde, sind ja nur sechs hingegangen. Ich habe alle gekillt. Ich fahre den Skin halt echt anders. Ja, hast du auch gesagt. Aber warum? Ich finde ihn irgendwie ein bisschen gruselig, aber ja. Hey, Ernst, was kann ich denn dafür? Als ob du auch jede Sekunde, bis ich war letztens fast die ganze Zeit im Röpfelstum, okay? Boah, er. Ey, komm, bitte. Ich will nicht sterben halt. Alter, Vulkanlauch. Das sieht ja dumm aus, irgendwie. Was will ich tun? Oh, ich bin dumm. Mann. Lass es. Oh, Erde. Kus geht aus der Tisch. Aha, er bringt sich selber. Und ich habe den Kill bekommen. Also, er hat so, danke Fortnite, dass ich den Kill bekommen habe. Du hast es doch bei... Warum soll ich mich bei ihm entschuldigen? Warum soll ich mich bei ihm entschuldigen, wenn er die ganze Zeit gemeint zu mir ist? Was hat die Lug? Super, wo soll ich hingehen? Ich will halt nicht sterben. Und jetzt habe ich kein... Und er hat einfach keine Minis mehr. Das ist so gemein. Boah, ey. Oh, mein Gott. Ich habe kein Fallschirm bekommen. Oh, mein Gott. Einmal deinen Control kann ich nachfragen machen. Nein, 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 nein. Okay, ich werde nicht sterben. Also, ich glaube es. Ah! Oh, shit! Ah! 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 Ich habe gesagt, ich werde nicht sterben. Ich bin... Mann, shit, shit. Shit, 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 shit. Oh, shit. Scheiße. Okay. So. Ich habe gesagt, ich werde nicht sterben. Du bist so schlecht. Ich bin nicht gestorben. Also, okay. Ja, er... Ernsthaft? Er hat gesagt, dass ich nicht ins Mod-Team gehörte. Obwohl ich mal bin. Guck mal. Du hast den Stream seit, keine Ahnung, 15, 16 Stunden geschaut. Und ich habe den Stream nur, keine Ahnung, 11 Stunden oder so geschaut. Es sind nur 5 Stunden Unterschied. Und es sind nur 5 Stunden Unterschied. Und trotzdem ist er voll nett zu dir und zu mir halt nicht. Obwohl wir fast gleich lang geguckt haben. Und es ist halt die Sache. Ah. Super. Was? Ich habe gebaut. Ich schwöre, ich habe... Ich schwöre, ich habe gebaut. Danke an dich. Ich weiß nicht, ob man denkt oder sagt. Auf jeden Fall danke an dich für deine 29 Viertel. Vielen, vielen Dank. Ich schon wieder. Ja, du bist schon wieder da. Uff. Weißt du mal los? Hey, was kann ich denn dafür? Jetzt jeder sagt, dass ich schlecht bin, weil ich einmal ein Schuh herrlich habe. Und ich habe vorhin wohl mit 12 Kissen geholt. Also... Das ist ja nicht gemeint. Hä? Ich mache immer so dumme Bewegungen. Aber dieser Haas hat keine Pupillen. Das ist anders gruselig. So. Bro... Koli... Warte, kleines B. Brokkoli... Geburt... Das ist so ein dummer Name. Geburt... 0... 7. Juhu. F angeschickt. Mh, 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 mh. Es geht darum, Ich habe 28 Stunden Nähe. Nee, ich bin nicht dumm. Ich bin sympathisch. Hä? Es gibt Leute, die sagen, ich bin unsympathisch. Und Leute, die sagen, ich bin sympathisch. Jeder hat eine andere Meinung. Okay, vielleicht bist du für mich unsympathisch. Ähm... Zwei, eins. Ich bin sympathisch. Zitzen, ich kenne ihn in Relive. Also, Raffi und Vierten. Vierten, ich bin absolut aktiv und schaue ihn. Seit vier Wochen. Und ich schaue ihn so lange auch. Also, ich gucke ihn nicht mega lange. Ich gucke den auch. Keine Ahnung was. Und... Weil du ihn in Relive kennst. Ja, was kann ich denn dafür? Ja, weil du ihn in Relive kennst, hast du mal... Ja. Wenn du den Schepper nächstes Mal Ausstufzeichen konntest. Das will ich mal sehen. Du trinkst nach jeder Dummein... Ich weiß! Scheiße, was mache ich? Was mache ich? Scheiße, ich wollte drausspringen. Ähm, hi. Hey, mutiger Schwimmstab. Ich glaube, ich stream noch halbe Stunde. Dann beende ich schon. Dann stream, weil... Ich stream nicht so lange. Halt, weil... Ne, warte. Ah, ne. Ich stream noch bis 23 Uhr. Oh, ich bin so dumm. Also, ich dachte, es wäre... Ne, ich stream noch an. Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre... Ich dachte, es wäre... Ähm... Filme mal. Ich dachte, es wäre... Ähm... Drenzern. Ich glaube, es ist 22 Uhr. Danke, gerne. Nö. Ich stream nicht auch nicht so lange. Also, ich stream nur so bis 22 Uhr, weil... Ja, ich... Ich muss halt morgen so früher aufstehen als sonst, weil... Wir halt fahren. Ja. Wie den Rollpad. Ja, Lili. Danke, aber jeder hat eine andere Meinung halt. Wo ist Küchi? Küchi ist immer noch auf meiner Kamera. Er hatte... Danke, wir denken an dich für den 2.29 Uhr. Ey, wie viel willst du noch spenden? Kannst du mich einheißen? Ey, es würde ich äh... Aber niemand nimmt keine Pause an. Also, nur von Freunden und so und so. Und so und so. Weil... Ähm... Ich nehme eigentlich keine Pause und so an, weil sonst hängt mein Spiel halt. Und... Äh... Ja. Halt. Ja. Hä? Wenn man es kenne, war es dann, weil sonst hängt mein Spiel halt und so. Also eigentlich nur so von Kollegen und so. Äh... Grüß da, Mutter. Hä? Grüß da, hä? Was meinst du in den Uff? Ich will gehen nach Sleipen, aber ich sehe keinen Gegner. Welche Stadt fährst du? Äh... Fahrrad jetzt will. Man, ganz super. Erde. Oh, danke, Paul, du Erdenschmant. Und hallo. Uff, ich will... Wo hat schon mal dein Leben, du Fußballmensch? Alles klar, Fußballmensch. Was glaube ich da? Ich habe keine... Ey, Leute, wenn ich keine... Ähm... Nackenwaffe habe, dann werde ich so hart sterben, ey. Deshalb glaube ich nicht so wirklich, dass ich es überleben werde. Aber keine Ahnung. Wo ist denn hier eigentlich dieser Gegner? Ich verstehe das. Uh, Erde. Warte, da musst du machen. Warte. So. Ich bin traurig. Warte, warum bist du traurig? Du kannst es mir sagen, wenn du willst. Danke, Lady Motto. Stream leckt, es leckt, leckt. Es kann nicht sein. Geh mal aus dem Stream aus wieder, dann kann ich sein. Jetzt ist es so dick. Oh, Mann. Oha! Aua! Das tut weh. Ich habe kein Gefühl, oder was? Beweg dich nicht. Die ganze Blemme hier stehen. Wamm. 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 Wamm sage ich Wamm. Wamm. Kannst du mich grüßen? Mika grüßt grausendisch. Ich habe fast Milka gelesen. Stuhl. Oha. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist ja mega viel Eier. Hey, warum hat da so viel Mutti? Ich hatte die Waffe nur einmal, aber ich habe die Waffe noch nie benutzt. Ich habe die einmal im Inventar, aber ich habe die dann weggeschmissen, weil ich mag die wir auf irgendwie nicht. Keine Ahnung. Dann kann ich Joel für den Abo. Danke. Wo soll ich denn flinkt? Tillit. Nee. Aber ich habe vorne zu überleben mit sechs Skills. Vielleicht werde ich es auch hier zu überleben. Das finde ich spannend. Mega dumm. Ja, also ich würde sagen, ich muss nachher. Nach der Runde meinen Stream kurz neu starten. War ganz kurz. War ganz kurz. So. Ja, ich weiß. Aber das sieht man sogar bis hierhin. Wenn ich mit dir nicht schocke, wenn ich mit dir nicht schocke und so, weil ich da eigentlich keine Zeit habe und so, dann bringt es sich halt nicht. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe doch gesagt, ich habe nach der Runde zu tun. Na, wie soll ich doch sagen? Oh mein Gott. Jetzt ist der dritte Stein drin. Jetzt ist der dritte Stein drin. Nein. Hä? Das ist... Hä? Ach. Ey, warte. Ah, da unten. Ey, guck mal. Das ist hier in diesem kleinen was drin. Oh mein Gott. Oha. Guck mal, was jetzt passiert. Dieses, das da drin. Oha. Meine lieblichen Leute. Oha, uff und so, weil ja. Das ist halt die Sache. Oha, uff, uff, uff. Ich habe keine Metz. Leute, schätze mal bitte. Ja, mal auch gleich auf der Nacht. Und warum soll ich jetzt mit in der Sonne machen? Das mal. Nerv nicht so. Mensch. Nerv nicht so. Wow. Ich weiß nicht mal von wo. Wie viel AP? Wie viel AP? Wie viel AP? Wie? Hä? Er hat sowas von full AP. Sowas von. Also, ich starte jetzt ganz kurz ins... Danke, Nerv für... Game of the video, Nerv. Also, ich werde jetzt ganz kurz den Stream neu starten. Und dann wird es nicht mehr drum legen. Also, ich würde sagen, bis gleich. Bis then, плюс heute schon. Bis bald ganz kurz. Bis bald.